Ich kenne Besiktasch sehr gut. Ich habe sie zuletzt noch gegen Leipzig spielen sehen und man soll sich erinnern, Besiktasch hat in ihrer Gruppe vier Siegererungen und zwei unentschieden, also unbesiegt geblieben. Und zu dem, was man sicher hier in Deutschland nicht so weiß, sie haben einen sehr guten Trainer und der es verstanden hat, die verschiedenen Nationalitäten zusammenzubringen, weil Besiktasch hat mit Pepe, mit Adriano, mit Negredo drei Spieler, die in der spanischen Liga lange Jahre gespielt haben und sehr erfolgreich gespielt haben. Zudem Medell, der chilenischen Nationalspieler, sehr guter Spieler, erfahrener Spieler, war bei Inter Mailand vorher und Kuretsma, der bei Porto war, Rhein-Babbel, bei Ajax und Liverpool. Also das ist kein leichtes Los. Nein, da habe ich eine ganz andere Meinung. Das ist eine sehr gute Mannschaft und da müssen wir schon in beiden Spielen eine Topleistung bringen, um weiterzukommen.